Heute geht es für einen Großteil der Jungpflanzen endlich in den Querbeetgarten. Und das wird ein ganzes Auto vollfassen werden, weil alle Salate, die vorgezogenen Bohnen, auch die Kati, die Artischocken, der Pak Choi, all das wird jetzt Zeit, dass es eben ins Beet kommt, dass es ordentlich weiter wachsen kann und dass hier drinnen wieder ein bisschen Platz entsteht für die restlichen ganz kälteempfindlichen Jungpflanzen, wie zum Beispiel die Kalebassen, die dürfen noch eine Woche da bleiben und werden dann erst gepflanzt. Aber die meisten Geschichten dürfen jetzt raus und auch die Tomaten nehme ich ein Teil mit, die kommen dann ins Gewächshaus. So, die letzte davon und dann hole ich gleich die nächsten. Bei den Tomaten nehme ich jetzt immer nur zwei pro Sorte mit, weil insgesamt habe ich jetzt neun Sorten, das macht dann 18 Pflanzen und mehr passt eh nicht ins Gewächshaus rein. So. Das ist jetzt so die schönste Zeit, weil alles einfach richtig wächst, was schon gepflanzt ist und heute wird dann der Gemüsegarten endlich auch richtig voll mit dem ganzen Nachwuchs hier. Wenn man so ein Gewächshaus hat, kann man natürlich auch jetzt schon pflanzen, wenn man ins Freie pflanzt, kann man auch noch die Woche warten, bis die Eisheiligen vorbei sind, dann ist man auf Nummer sicher. Und in das Stück kommen jetzt vier Tomatenjungtpflanzen rein, die werden dann mit so Seilen wieder aufgeleitet Richtung Decke und dabei werden so ein bisschen seitlich auseinandergezogen, so dass der Raum dann wirklich für vier Pflanzen reicht. Und das sind alles verschiedene Fleischtomaten und gerade die Fleischtomaten brauchen natürlich den geschützten Anbau da herinnen, dass sie dann auch wirklich gut tragen können. Und ich setze jetzt auch wieder ein bisschen tiefer, damit sie da unten dann noch Wurzeln bilden können. Man kann die jetzt ohne weiteres so tief setzen, dass sie bis zu den ersten vollen Laubblättern dann wirklich im Boden drinnen sind. Und man merkt richtig, dass denen die letzten paar Wochen die viele Sonne richtig gut getan hat, weil die stehen bombig da für selber angezogene Tomaten. Die letzte Pflanze für heute und dann ist es gut, das war ein richtiger Pflanzmarathon. Dafür sieht sowohl der Garten als auch hier in das Gewächshaus richtig gut wieder aus und alles kann wachsen. back in der ersten Heineverein vor allem in die F Hence zur Schiffel Aus 이스